Und noch was fällt mir dazu ein, meine Variante des Lieds, wir brauchen keine Milliarden, wir brauchen keinen Cent zum Glück, das was wir brauchen ist Profit, 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 Profit. Ja, in der Gaststätte Weberwiese hängt er auch rum. An jeder Ecke hängt er rum, dieser Udo. Alles okay. Stimmt eine gute Gaststätte. Ja, es ist schwierig. Aber hier hängt er auch rum, uns Udo. Überall hängt er rum, unser Udo. In jeder Ecke hängt er, Udo. Versuch's mal. Mit Gelassenheit. Mit Ruhe und Gelassenheit. Parkt alle eure Autos auf dem Außenring. Dann haben wir Platz zu Menschlichsein. Und nicht mehr nur zum Autofahren. So, und hier habe ich vielleicht jemanden, der diese Art Batterien hat, die ich suche. Aber ich glaube, das ist ziemlich unwahrscheinlich, dass hier unbedingt ein Uhrmacher ist, der diese Dinge hat. Trotzdem, wie heißt es ein berühmtes deutschsprachiges Sprichwort? Fragen kostet nichts. Oder noch nicht? Ja, wo ist das plaatsbe fala? Ja, wo ist das Urlaub? Ich hoffe, es ist eben nicht. Denn sonst verf ist nicht einfachabel. Vielen Dank.